Im Raspberry Pi OS gab es eine kleinere Aktualisierung an der Boot-Partition, die aber an einigen Stellen Probleme machen kann. In diesem Video schauen wir uns an, was sich konkret geändert hat, welche Auswirkungen das hat und am Beispiel von dem quelloffenen Projekt PyClone zeige ich euch, wie man das Problem sogar selbst beheben kann. Die Slash-Boot-Partition, die hängt jetzt in Slash-Boot-Firmware und das ist vor allem für die beiden Dateien config.txt und cmdline.txt von Bedeutung. Worum geht's dabei? Von x86-PC sind wir ein BIOS gewohnt, das heutzutage im Grunde vollkommen von dem Nachfolge UEFI abgelöst wurde. In beiden Fällen geht es im Kern um eine Firmware, die beim Starten des Computers die Systemkomponenten checkt und dann weitere Software startet, das ist für gewöhnlich ein Bootloader. Jedes BIOS und UEFI hat eine Konfigurationsoberfläche, um dort diverse Einstellungen vornehmen zu können. Zum Beispiel kann man dort Hardware-Funktionen des Mainboards aktivieren oder deaktivieren, aber auch die Startreihenfolge der Medien ändern, von denen das BIOS oder UEFI anschließend versuchen soll, das Betriebssystem zu starten. Im x86-Bereich haben wir das mit UEFI ziemlich standardisiert, da sind die Oberflächen teilweise etwas anders, aber man weiß zum Beispiel, die Startreihenfolge, die kann man bei jedem UEFI-Mainboard ändern. Bei den einen Platin-Computern hat sich das leider nicht durchgesetzt, dort ist es üblich, dass jeder seine eigene, meist proprietäre Firmware entwickelt. Beim Raspberry Pi zum Beispiel hat man dem BIOS gar keine Oberfläche spendiert, sondern bloß eine Textdatei, nämlich die config.txt. Da kann man zum Beispiel die Tonausgabe deaktivieren oder aktivieren. Das gleiche gilt auch für die GPIO-Schnittstellen, die haben eine bestimmte Doppelbelegung für verschiedene Bus-Systeme, zum Beispiel i2c. Auch das kann man dort anschalten oder abschalten. Diese Firmware übergibt dann an den Bootloader, wie man den konfigurieren kann, habe ich auch schon mal gezeigt. Dafür gibt es rpi-eeprom-config, also ein Kommandozeilenwerkzeug, das im Hintergrund den Bootloader mit seiner Konfiguration erstellt. Wichtig ist hier für uns vor allem die Firmware, denn dessen config.txt liegt auf der Bootpartition oder lag, denn die ist ja jetzt umgezogen. Bevor wir uns das näher anschauen, noch die zweite Datei, die ebenfalls relativ wichtig ist, nämlich die cmd-Line.txt. Die erfahreneren Linux-Benutzer, die werden sich jetzt schon ahnen können, die sind bestimmt für die Kernel-Parameter und ihr habt recht. Sie ist vergleichbar mit der Variable group.cmd-Line.linux.default in der etc.default. Grob, wenn man den Bootloader verwendet, da kann man dem auch Parameter mitgeben. Der Kernel, also Linux, ist direkt an der Hardware dran. Als nächste Schicht kommt dann unser Betriebssystem, das wir nutzen. Auch wenn ihr beide Dateien vielleicht bisher nur selten oder gar nicht angefasst habt, sind die doch ziemlich wichtig, damit der Bootprozess von Raspberry Pi OS funktioniert. Bis zum Raspberry Pi OS Bookworm lagen die direkt in Slash Boot. Mit dem Release von Version 12 Bookworm hat sich das aber geändert. Sie wurden in das Unterverzeichnis Firmware verschoben. Dieser Firmware-Ordner, der ist spezifisch von Raspberry Pi, Slash Boot hingegen, ist bei vielen GNU-Linux-Distributionen gängig für diverse Dateien, die das System zum Starten braucht, wie zum Beispiel den Kernel. Dieses Verschieben in den Unterordner Firmware blieb lange Zeit relativ unbemerkt, weil man als Übergangslösung eine symbolische Verknüpfung, also ein Sym-Link, für beide Dateien erstellt hat. So eine Verknüpfung ist eine Art Umleitung, die sagt, die Datei, die du hier suchst, die liegt in einem anderen Pfad. Die meisten Editoren berücksichtigen das, das heißt, man merkt das möglicherweise gar nicht. Doch das änderte sich ab Ende Januar, dort wurde nämlich diese Übergangslösung im apt-Paket Raspberry Pi-Sys-Mods entfernt. Statt der symbolischen Verknüpfung auf die jeweilige Datei, enthalten diese nun einen Text, also einen Hinweistext mit dem neuen Pfad. Dieses Update wird also seit Ende Januar 24 per apt verteilt. Wer also sudo apt-update und sudo apt-upgrade macht, der bekommt diese neue Version, die diese Änderung vornimmt und den Sym-Link entfernt. Das hat Konsequenzen, dadurch funktioniert zum Beispiel RPI-Klonen nicht mehr, ein beliebtes Skript, um die komplette Speicherkarte von Raspberry Pi zu klonen, zum Beispiel als Sicherung oder wenn man von der Speicherkarte auf ein anderes Medium migrieren möchte. Hier wird das Abbild leider unbrauchbar, der Raspberry Pi startet nur in Busybox und beim Klonen erscheint auch keine Fehlermeldung. Auch der Einrichtungsassistent von DietPi zum Beispiel, der ja auf den Raspberry Pi OS basiert, lief durch diese Änderung auf Fehler und konnte nicht abgeschlossen werden. Es gibt also einige Programme, die diese Dateien oder zumindest eine davon verwenden, wo man das vielleicht so von außerhalb gar nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Vielleicht fragt ihr euch nun, warum haben sie diese Verknüpfung, also diesen Sym-Link überhaupt entfernt, das war doch ein sinnvoller Kompromiss, um vorhandene Software nicht kaputt zu machen. Die Frage haben sich andere auch gestellt, dazu gab es zum Beispiel auf GitHub eine Diskussion in einem Ticket. Der für die Entfernung verantwortliche Entwickler, der erklärt dort, dass es vor allem darum geht, Verwirrung zu vermeiden, wenn zum Beispiel manche Editoren diese Sym-Links nicht berücksichtigen würden oder auch andere Skripte, die dann statt des Sym-Links an den falschen Pfaddatei schreiben. Mit Wim und Nano gab es in meinen Tests keine Probleme, die haben den Link erkannt und sind dem Ziel gefolgt. Bei SED sieht es leider anders aus. Der hat zwar einen Parameter, um Sym-Links zu berücksichtigen, der ist aber im Standard nicht aktiv. Das heißt, hier würde es tatsächlich ein Problem geben, wenn man den Parameter nicht aktiviert. Das ist ungünstig, weil SED oft genutzt wird, um in Skripten Inhalte zu ersetzen. Wenn der Entwickler nicht weiß, dass er eben diesen Parameter angeben muss, dann hat er jetzt hier ein Problem. Der API-Clone habe ich mir mal angeschaut, weil ich den für einen anderen Beitrag verwenden wollte, obwohl ich die Code-Basis, also die spezielle hier, nicht kenne. Bin ich da mit einer simplen Suche schon recht weit gekommen und habe nur einige wenige Stellen gefunden, wo ich den absoluten Pfad durch eine eigene Funktion ersetzt habe, weil dieser Ordner ja nur im Raspberry Pi OS 12 verschoben wurde, in der Vorgänger-Version 11, die noch unterstützt ist, dort ist er weiterhin in Slash-Boot. Mit diesen überschaubaren Änderungen hat das Skript wieder funktioniert, das heißt der Klon, der startet wieder normal in das Raspberry Pi OS anstatt in Busybox. Bei Open-Source-Software kann man das also relativ schnell korrigieren oder warten, bis das jemand aus der Community macht. Ich wollte meine Änderungen hier in diesem Fork, der noch aktiv entwickelt wird, zur Verfügung stellen. Doch während ich diesen Beitrag gestellt habe, hat sich das schon erübrigt, weil jemand anders das Problem bereits gelöst hat und die Änderungen veröffentlichte. Bei proprietärer und eingestellter Software sieht es da wohl schwieriger aus. Es wird hier dennoch in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich noch einige Projekte geben, die davon Gebrauch machen und entsprechende Updates bereitstellen, um das Problem zu lösen. Warst du von dieser Änderung betroffen? Dann schreibe es gerne auf YourLabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.